So, nächster Ausblick für den Stenpour 500. Ich handel den so gut wie gar nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich den das letzte Mal gehandelt habe. Mir ist der einfach zu langweilig. Man sieht es auch, wenn man das mal direkt mit dem Nasdaq oder Dow Jones vergleicht, die Anzahl der K.O.-Scheine. Beim Stenpour 500 sind es lediglich fast 12.000. Verglichen dazu, beim Dow Jones sind es fast 20.000. Und der Nasdaq ist der, der am meisten gehandelt wird. Da sind wir bei 23.300. Aber wie gesagt, ich handel den auch nicht. Mir ist der zu langweilig. Aber ich habe gesagt, ich mache diese Jahresausblicke. Wobei ich mich, ich fange damit hier schon an, auf ein halbes Jahr jetzt mal reduzieren würde. Das ist schon eine wilde Zeit. Und wir wissen ja alle nicht, was in den nächsten drei Monaten da in der Ukraine oder Taiwan passiert. Deswegen, ich nenne es gar nicht wirklich Jahresausblick, sondern eher einen Halbjahresausblick. Das ist der Monatschart. Ich habe hier das Corona-Tief. Dann haben wir eine ordentliche Bewegung gemacht von 2.000. Ich runde leicht 200 auf 4.800. Und er hat perfekt ausgeatmet zum 50er Retracement. Dieses Retracement hier bei 3.489, das deckt sich auch hervorragend mit diesen Chartpunkten hier. Einmal, zweimal, dreimal und durch. Das hat er also wirklich sensationell gut gemacht. Das hier ist im Moment ein bearish engulfing Pattern. Wir ummanteln mit dieser Monatskerze den, also mit dem Körper, den vorangegangenen Körper vom November. Aber, und deswegen gucke ich da zwar drauf, ich nehme es zur Kenntnis, aber es interessiert mich nicht besonders, wenn das hier oben passierte oder hier unten irgendwo, dann würde ich da mehr drauf schauen. Und wir sind hier mitten im Chart in der Nähe der 20-Monats-Linie. Das ist für mich, nehme ich zur Kenntnis, aber wäre jetzt kein Grund für eine Anlageentscheidung. Wir sind von der Technik her, lang, kurz, kurz, positiv. Also der baut sich hier eine gewisse Stärke auf und das wird auch bestätigt über den Oszillator. Also auf Monatssicht finde ich den jetzt nicht so schlimm. Die wichtige Marke ist diese hier eben, das 50er Retracement in Verbindung mit diesen Chartpunkten. Wenn wir da drunter gehen und schließend auf Monatssicht, also unter 3.490, das wäre negativ mit einem weiteren Ziel hier runter bis zum 61er. Da sind wir bei 3.180. Das trifft sich auch hier hinten mit diesem ganzen Bereich ganz gut. Das wäre also die nächste Unterstützung. Und das sind, wo sind wir dann, ungefähr 700 Punkte. Das wäre für mich das Maximalrisiko, nennen wir es mal so. So, aber wäre das jetzt hier ein 5- oder 10-Minuten-Chart oder Stunden-Chart, würde ich wahrscheinlich eher hier was kaufen mit Stop hier drunter. Ich finde, der sieht auf Monatssicht echt ganz in Ordnung aus. Gucken wir mal die Woche. So. Ich möchte jetzt diesen Punkt hier mal ein bisschen mehr rausholen, dahingehend, dass ich dem sage, das ist also eine großartige Make-or-Break-Line. Haben wir den mal so. Ja, das war das 50er-Retracement. Die ist schon sehr wichtig. Ganz klarer Downtrend. Immer ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch. Dann hier runter. Das heißt, im Moment ist dieser Punkt hier wirklich, die 4.300, ist wirklich der Punkt, um diesen Downtrend abzuschließen. Das war beim DAX die 13.000, Gott, das war jetzt 954, glaube ich. Ja, dann gilt dieser Downtrend als erledigt. Also so weit ist es noch nicht. Sollten wir jetzt nochmal hier runterkommen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, also auf die 3.500, dann wäre der nächste Punkt dann dieser hier. Der ersetzt dann den hier oben. Aber diese 4.100 ist schon recht wichtig. Wir haben dann hier einen Verbund von dem oberen Band, was weiter fällt. Die Bänder gehen ja zusammen. Chartpunkt 1, 2, 3. Also 4.100 mal im Hinterkopf verhalten. Und da mache ich also auch eine Linie hin. Das sind für mich die Make-or-Break-Lines. 4.100, wenn ich es jetzt auch schlecht gezogen habe. Das sind für mich die nächsten wichtigen Punkte. 4.1, 3.5. Wir sind von der wöchentlichen Technik her ziemlich neutral und genauso auch vom Oszillator. Kommt also überhaupt kein frisches Signal, gar nichts rein. Die 200-Wochen-Linie liegt bei 3.673 und die steigt weiter an. Wir hatten ja auch einen ordentlichen Anstieg. Vor allem seit 2009, könnt ihr mal schauen. Seit der Lehman-Krise ist es also wirklich, da waren wir glaube ich bei 650 und ging dann hoch zu 4.800 im Verlauf von 13 Jahren. So muss man es ja auch sagen. Also mal für Sparpläne gesprochen, halte ich das für durchaus interessant. Muss ich wirklich sagen. Da ist eigentlich, also das macht mir keine Angst nach unten. Ich glaube schon, dass dieser Punkt hier eine erhebliche Wichtigkeit hat. Der sollte allerdings nicht unterboten werden. Gucken wir mal auf den Tag. Auf den Tag. Hier ist er. Hier sind also jetzt diese Punkte. Man sieht hier die 4.100. Einmal, zweimal, dreimal. Also die ist schon wirklich wichtig. Genauso wie hier unten. Von hier hoch ist das hier, wo wir momentan handeln. Lups. Da mache ich vielleicht mal eine andere Farbe rein, dass man das ein bisschen besser sieht. Ich mache mal blau. Blau, blau, blau. So. Okay. Ist hier das 61er bei 3.716? Das wäre so ein Zwischenpunkt. Aber ich finde nach wie vor, wir handeln hier am unteren Band. Wir machen eine Seitwärtsphase, eine Seitwärtskorrektur von dieser Abwärtsbewegung hier. Wir werden positiv über die Stochastik mit einem sehr frischen Kaufsignal. Und wir sind schon ganz leicht positiv über den Trendfolger. Also bezogen auf die Zeit würde ich mal so sagen, die nächsten zwei Wochen tendenziell eher positiv. Durchaus mit Ziel 4.100. Wenn wir das schaffen, und je schneller, desto gut, dann haben wir erst hier irgendwo im Bereich 4.400 einen echten Widerstand. Da hier, so 4.330. Auf Jahressicht denke ich, dass das erste, sagen wir mal die ersten drei Monate wahrscheinlich noch ein bisschen seitwärts gehen werden. Aber auf Sicht vom 30.06. gehe ich davon aus, dass der Standpool, ich gehe jetzt nochmal hier auf die Woche, tendenziell hier oben irgendwo stehen wird. Also ich bin hier nicht negativ, kann ich nicht sein, wenn ich mir das alles hier so anschaue. Also ich glaube eher, dass wir diesen Trend hier unter, oder vielmehr ausschließen, dass wir den überbieten. Entweder schon bei 4.100, spätestens bei 4.300. Und auf Sicht zum 30. Juni, glaube ich, wir sind eher hier oben. Dips würde ich nutzen zum Kaufen, auch für die Sparpläne. Da kann man ruhig mal eine Aktion weiter reinlegen. Vielleicht zwei Tranchen kaufen statt einer. So würde ich das mal formulieren. Also der macht mir mal überhaupt keine Angst hier. Muss ich wirklich sagen. Wow. E